So Wollen wir mal Wollen wir mal weitermachen Ich freue mich, Marco will das hier, wenn er nicht sieht, dass ich hier spiele, aber wenn er kurz an ich da nicht wünsche Kann ich da auch anders mitspielen? Bist du leiser? Wer ist leiser? Dieser ist leiser Die ist genauso leiser wie vorher Geil Er kommt Pst 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 ja sehr Oh nein! Was? Was hat's gesagt? Ein Chameleon. Das war am Angebot. Nom nom! Heisenkuchen! Ja stimmt. Äh, geil! Was? Ja, das ist ja. Eigentlich dürfen wir uns hier auch. Hm, das ist ja ganz ehrlich da. So, dann hoch und dann zuerst an. Jetzt erfreut sich, dass du einen Hadesfreund mit dir eingeladen hast. Es war ganz schön was los. Ja. Wahnsinn. Also ich schätze im Speise, so was Lukas gesagt hat. Ich hab gesagt, der hat schon mal ein bisschen gezählt. Über 100 Wann gefällt den Fall, aber ich schätze so mit 200 Wann. Ehe? So. Ja, mir gemacht. Bis da mal so ein Automaten noch stehen. Bei den Park oder bei den Meid? Spielen. Bisschen was gemacht haben sie. Hä? Ja, die waren ja nicht alle mit Ema da. Denk? Ich finde sie eigentlich alles cool. Ja, die waren ja nicht alle. Du hast oft gefragt, wie du bist. Hä? Ja. Das ist nur eine gewisse Frage. Und so ein Vibe. Ich habe mich gefragt, wie meine Freunde sich füllen. Arbeiten. Zu Markus arbeiten. Haha, war zu eifersüchtig. Für Glück. Woher kennst du meinen Freund? Vom Sport. Woher weißt du, dass das mein Freund ist? Wie hat er gesagt? Ja, Sarah hat gesagt, dass von Marco ja dein Freund ist. Und dass du Sarahs Schwester bist, bist du ja die Freundin von Marco. Ja. Die Gedanken gar nicht gekommen. Die macht mit dir Spott. Innen von den Spott-Mädels. Innen von den Spott-Mädels. Innen von den Spott-Mädels. Aber die ist nicht deine Liga. contra-Mädels. Das Tauschmain kommt. Ah ja. Ja. Die ist nicht deine Liga. Da sind sie.. Wenig, Mann, oder? Wir sind mich natürlich hübsch. Scht. Ja, das stimmt, das hat Alexander auch schon gesagt. Es sind viele, viele Frauen. Deine Schalkerkisten sind leer, Schatz. Das ist schön. Ja. Und wenn du unbedingt eine andere Freundin haben willst, kannst du dir eine suchen. Vielange! Aber ich denke daran, ich habe eine große Schwester. Zwei. Ich habe nur eine. Ich habe zwei große Schwestern. Und du willst dich mit keiner von beiden anlegen. Wenn du es nötig hast. Du bist so ein mieses Schrein. Du bist so ein mieses Schrein. Oh ja. 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 Keine. Aber ich steh in der ersten Arena. Ich bin rein theoretisch in der ersten Arena, wo ich auch reingehen sollte. Ich habe auch mitgekriegt, wie ich die Mind Map aufmache. Ich kann sogar von Map manche Dinge markieren. Mich hat ein Pokémon angegriffen und das war einfach zwei Schlappe über mir. Ich dachte so, Alter, wo kommst du denn her? Nein! Ja, unser Face. Ich kann alle da kommen. Was sind eigentlich die Juwelen da? Ich bin doch da. Ach so. Ja, dann machen wir das anders. Das ist mein Gesicht. Entschuldige bitte. Ich muss mich nicht verstanden werden, Paula. Danke! Danke! Du kannst mal ja schauern. Ich kann nicht schlafen, weil wir ja so bleiben. Man lass mich doch. Du darf doch machen, was ich möchte. Ey. Na klatschen doch einer! Hallo, seit wann lässt du dich ärgern? Batsch! Mein Schatz, komm mal her! Ja, ich sitz hier so in dieser Lücke und wenn ich aufstehe, muss ich von meinem Laptop weg tun, dann die Decke zur Seite! Nicht zu viel Arbeit! Nicht zu viel Arbeit! Ob mein... ob mein... Ob mein Igel Lava sich vielleicht sogar zu... Triss Readings weiterentwickelt, das wär ja übelst geil! Entwickeln wir mal Igel Lava weiter! So... Nee, Backpack! 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 Bist du du? Igel Lava! So ein Affe! Igel Lava, bleib mal stehen! Igel Lava, bleib stehen! Igel Lava, bleib stehen! Du hinst! Ein Kommandutan! Oh, das hab ich auch noch nicht! Ein Truhtan! Ein Kommandutan! Ein Truhtan! Ein Affe! Ein komischer Affe! Ein Affen-Pokémon! Es entwickelt sich! Verfangen! Level 36! Level 36! Du! Bitte lasst es IZUI-Pokémon sein! Bitte IZUI! Bitte! Bitte! Danke! Dann kommt zu uns Team! Wenn nicht, dann nicht! Okay, okay, okay! Und es wird... Ah, nee, kein IZUI-Pokémon sein! Normales! Du bist scheiße! Und das vierte, danke! Du bist auch! Ja! Ja! Glaub ich auch! Warum hat das keine Fähigkeit Flammkörbe? Warum nicht? Ein dummes Viech! Machst ja auch gar nichts! So, Bonita, dann haben wir Magmi, Magma und Rackkant. Samara. Feuriegel. Das, das, das. Hier kommt das hin. Wo habe ich die weiterentwickelt? Die habe ich auch schon gefangen. Die habe ich schon gefangen. Wo bist du, Blummus, wie? Wissen Sie das, wie? Ach, hier ist es, wie. Dann kommt ein Flemmi. Ich habe kein Flemmi. Das ist doch. Na, na, na. Ich denke, ich bin das eigentlich weiter. Und der wird rein sein. Hoch. Und das ist hoch. Level 33. Schatz. Komma up. Komma up. Das Komma up passt nicht durch die Tür. So fett. Komm ab. Komm ab. Komm ab. Komm ab. Komm ab. Ich habe ein weibliches Floing. Ich habe ein weibliches Floing. Ich habe ein weibliches Floing. Ich habe ein Kirli. Ich habe ein Kirli. Oh nein. Ich darf kein Wunder treten mehr machen. Achso, ja darfst du nicht. Ich habe ein weibliches Floing. 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 Ich bin die Liebensgewürzigkeit in Person. Liebensgewürzigkeit. Liebensgewürzigkeit. Ich habe ein weibliches Floing. 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 Ich habe ein weibliches Floing.